Servus Leil, was geht? Und zwar für euch zur Info, wir gehen auf einen Roadtrip nach Deutschland und zwar mit dem Stopp in Berlin am 10. Oktober, da könnt ihr dann mit mir auf einen Ride gehen im Mellow Park um 14 Uhr. Also wird auf jeden Fall geil, schaut vorbei, tschau! So, ihr habt es gehört, Roadtrip nach Deutschland, here we go! Auf geht's! Meine Helme hat es gegeben, hört sich die an. Geil oder? Die sind echt geil geworden. Matt! Wahnsinn! So Leil, ich bin hier nicht alleine unterwegs, das geht ja gar nicht, weil ich gerade nicht Auto fahre. Deswegen haben wir Hannes Honne Berger mit am Start. Gleit-Camp-Chef und Fotograf, dann haben wir da am Steuer Rensen René Race Drohnen-Chef. Und dann aber natürlich Mr. Editing himself, Mr. Marius Rell. Wie bei sehen, sind wir hier auf der Autobahn unterwegs, gerade in Richtung Köln. Ist genau! ischer! Immer bitte! Immer einen Tank voll hier! Ja, endlich! So, endlich ankommen, erster Stopp, Köln. Und zwar schauen wir mal, was wir am nächsten Tag finden. Ich glaube, es wird echt spannend. Let's go! Start und Action! So, ein bisschen Aufwärmclips, eigentlich ein ganz witziger Spot, muss man sagen. Die meisten von euch werden es mitbekommen haben, ich habe hier meinen eigenen Wielrekord gebrochen mit 94 Minuten, was richtig geil ist. Der Reifen steht immer noch drauf, deswegen muss ich den jetzt mal wechseln. So, leider ein zweiter Spot und zwar sind wir vor dem Schokoladenmuseum, grandios geil, da müssen wir uns dann noch Schokolade abchecken. Hinter uns haben wir eigentlich eine richtig geile Treppe. Der Hannes ist halt wieder mal richtig mit seiner Staticcam unterwegs. Wir haben jetzt einen sehr interessanten Spock gefunden, tatsächlich ein bisschen beängstigend, aber ich glaube es könnte echt geil sein. mit dem Spreit. Zeig was. Alter! Das ist tatsächlich ein Center. Das ist ja sketchy vor allem, wenn er nicht witzig ist. Das ist ja die sketchieste Bank, die ich jemals gesehen habe. Jetzt fahren wir schon. Here we go. Here we go. Here we go. Wir haben uns vorgefunden, wo ihr die Idee gehabt habt, von drei Stairsets rückwärts zu fahren. Mit Kurve. Mal schauen, ob das geht und wie viel wir da versuchen brauchen. Let's go. ma! waxwrapfuald! Ja, du bist ein aussitiker transf sake. Und ich bin jemals. Und ich bin Misloas. Haha! Ja. So, jetzt ist es soweit, Cinderella, here we go. Ich werde bitte absperren. Und wie wird es sagen, jetzt wird es ein bisschen ernster, aber der wird echt sketchy. Ich muss ja echt sagen, das ist einer von den beängstigsten Sachen, die wir wahrscheinlich so im Streetrun gemacht haben, vor allem, weil es total was anderes ist. Also das ist jetzt nicht der Treppen-Gap wie üblich, sondern Mower-to-Trap-Gap. Erster Tester. Turnover. Next. Ah ja, geht schon. Jawolle, geht, oder? Machen wir egal, oder? Ja. Easy, easy. Das ist doch gut. Das gibt's echt nicht mehr. Also mir hat zuerst die Taube auf meine Trinkflasche geschissen und jetzt hat man Taube auf meinen Rucksack geschissen. Gagi-gagi. 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 So, meine Damen und Herren, wir haben übrigens Hannes Berger mit am Start beim ganzen Projekt. Er macht so ein bisschen Fotos und übernimmt die Gleitcam. Jetzt haben wir aber Fotos, was hast du uns abgeliefert? Alles am Start. Nö. Sag mal. Alter, was ist jetzt der Snack da? Von drüben. Was ist denn das? Halver Hahn. So ein Kellner-Gerät. Bisschen schlecht. Egal. Schaut geil aus. Hallo. Hallo. Bitteschön. Bitteschön. Guten Appetit. Danke. Darf sonst noch was sein? Könnt ihr ja den Blut nahmen. Aber sehr gerne. So. Apolo. So. Auf geht's. So. Wohin geht's eigentlich? Nächster Stopp. Hamburg. Auf die Raverbahn. So. Meine Damen und Herren. Hamburg. Jetzt sind wir da. Wir haben uns wieder ein paar Spots rausgesucht bei echt feinen Sachen. Mal schauen, was das so abgeht. Here we go. Geile, geile Sachen gefunden. Alter, das ist kein kranker Shot bei dem Licht. Oben rüber geht eigentlich eine rechte geile Brücke. Und jetzt weiter oben so Wheelie rüber. Dann rennt es ein Stück mit der Drohne. Da hast du eine Runde. Alter, wie krankt schaut denn das aus? Wir müssen uns schauen, wenn wir da raufkommen. Auf die Hände und den Hohdrücken. Ja, Mann. Jawohl. Wir sind hier. Ich glaub auch nicht, dass es noch mal gelöst wird. Wir sind hier. Wir sind hier. Wir sind hier. Nach dem Parkour. Ja. Als übrig. Nach dem Parkour. Aber, gell. Na, ja. Nach der kranken Parkour-Sendung geht es jetzt weiter in der zweiten Sendung und zwar Transfer-Sendung. Kurze Landung, krasser Absprung, Slide nach unten, Grind runter, 2-180, Oppo-Barspin. Genau, wir haben einen krassen Fahrer am Start, krasser Fahrer, kein Problem. Gut, machen wir es. Das war es wieder, heute hier aus dem Norden von Hamburg. Wir sind gerade Treppen gesprungen, über ein Geländer, es war toll und das war der Ton. Gibt es noch ein Wort zur Stunde? Sie können mich mal. Oh, ja, ich weiß gar nicht, was sie von mir wollen. Wir sehen uns wieder, wenn es heißt. Sie können mich mal. Soll zu winden. Wir haben da jetzt einen sehr speziellen Trick vor. Wir wollen mal probieren, so Futsch und Whip, mit einer ganzen Drehung machen und dann in die Bank reinspringen. Auf dem Vorderrad, ja, das ist zu kompliziert zum erklären, also ihr seht, ihr seht es selber. Der, muss ich sagen, ist irgendwie echt schwierig. Motivation. Tö, 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 tö. Tö, tö, tö. Oh, boah, steht weit. Oh. 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 ja na ja ja das war's aus hamburg jetzt geht's nach berlin ich hab vorher gewann übersessen und dann ja wir gehen uns auf die reise nach berlin auf geht's fisch und so wir gehen uns jetzt fisch und so checken das ist laut das mineral wasser lautes steht drauf was ist das marius ein brater ring krass du hannes hat der schnitzel alter deins ist tot ich würde da gern 50 fischbrötchen mitnehmen so viele ja ok dann macht die recht fertig typisch hamburgers ja auch mal alles rein auf die kraft berlin so leiden wir sind fast in berlin angekommen hannes handels ist ready ja ja schlaft nicht mehr so jetzt haben wir uns wieder ein paar spots ausgesucht wie immer in jeder stadt wahnsinn und jetzt gehen wir zum nächsten spot oder eigentlich zum ersten spot in berlin abgehakt und vervollständigt vervollständigt auf geht's zum zweiten spot sowohl ja das ist frisch Jetzt kann er da die Drohne abschießt. Wir sperren eigentlich gerade eine Brücke, weil wir es können, mitten in Berlin. Wir haben auch unser eigenes Klo mitgenommen. Ey, Spinsester! Ich will Sie herzlich wieder. Wir haben da einen echt beängstigenden Double Set gefunden. Ganz ehrlich, Leidl, im November, wie schon angekündigt, kommt ein wahnsinnig krasses Video. Also Urban Freeride lives. Neue Version. Ein Pedal an der Wand. Genau so kommt er raus. Alter Smooth. Geil, Alter. Richtig geil. Alter, wir gehen gerade was essen. Und wie ihr eh schon mitbekommen habt, haben wir uns eh schon einige Sachen aus den Städten, wo wir unterwegs waren, gecheckt. Und die war eine geile Idee, was wir uns aus Berlin noch checken können für die Leute. Currywurst. Wenn das jetzt nicht die beste Currywurst ist. Ja, vor allem die schärfste. Hallo. Ich würde gerne eine Bulma nehmen, dann eine Currywurst mit Pommes zum Dyson und dann werden noch 50 Currywurst mit Brötchen zum Mitnehmen. Okay. Schau dir das an. Krasse Setter. Ich glaube, ich spinne jetzt aber ohne Witz. Marius hat sich natürlich wieder die Ultrascharfe bestellen müssen, wie immer. Boah. Alter, das ist scharf. Boah, die ist echt krank. Alter, die ist komplett krank. Wie lebt er die Scharfe? Boah, das mag ich nicht. Zu scharf für den Hannes. Und zu wem das nicht scharf ist, der ist ja krank. Der ist von allen guten Jannapeños verlassen. So, wir tauschen gerade aber richtig scharfe gegen normale. Von Mau aus. Ach, nix. Müssen wir halt dann schauen, wie es ist mit... Boah, fickt euch. Wie abgelenkt. Alter, wie rot bist du? Alter, krank. Brennt das komplett? Komplett. Das gerät komplett außer Kontrolle da. Alter, einsetzt das. Boah. 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 Letzter Tag in Berlin. Jetzt geht's auf zum Ride, den ich auf Instagram angekündigt habe. Ich bin echt mal gespannt, wie viele Leute da sind. Wir haben Essen für jedermann dabei. Hoffentlich für jedermann. Und zwar aus jeder Starter Spezialistät. Spezialistät. Boah. 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 Boah, wir haben schnell. Boah. Ja genau. Das ist sehr was wir heute. Für uns alle. Und. Boah. 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 Wie viele Unterschriften hast du gesigned? Ich hab nach 497 aufgehört zu zählen, aber wahrscheinlich waren es dort dreifach so viele. Boah. Jetzt machen wir nur einen kleinen Bunny-Up-Contest. Mal schauen, wer da so richtig abgeht. Ja. Boah. 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 Wir haben tatsächlich den Diss-Ring-Tag überstanden, wie war sie selber nicht genau, auf jeden Fall, es war echt krass, was da los war, also riesigen Dank an jeden, der dabei war. In dem Sinn, glaube ich, jetzt müssen wir echt einmal ein Danke ans Team da sagen, an Marius, an Hannes und an Renzen, tut's mir gefallen und schaut's bei denen wirklich mal auf Instagram vorbei, checkt's dir mal aus, weil das sind eigentlich die, die eben die Videos zustande bringen und die Fotos und sagen. Checkt's dir mal aus. Und ja, in dem Sinn, wir sagen Danke fürs Anschauen, bis zum nächsten Mal. Servus. Ciao. Hello. Camera rolling. Danke für die Spurz, Info-Gebäst weitergeben an Team. Sehr gut. Nur zu Info, ich hab ein zweites Mal gespurt. Du musst einfach nur draufhalten, weil es ist ja alles rückwärts, weil es ist ja dann vorwärts. Das wird ja umgedreht, deswegen ist die Kamera. Jetzt sind sie gegangen. Bitteschön. Ciao. Wow. Wow. Sound Design erzählt. Alter, richtig krank. Du musst es reif spüren auf der Refa. Fisch, Hannes. Fisch und so. Ich weiß nicht, der ist cool. Was? Ja. Warte. Du musst arbeiten. Das ist wichtig. Das ist auch gewettvoll. Ja. Der ist Ehrenmann. Der ist Ehrenmann. Der ist Ehrenmann. Wie heißt der? Chewbacca. Achso. Du willst wissen wie alt?